Leidenschaft, Kampf und Emotionen. Das alles erwartet euch vom 8. bis zum 10. Februar am Stiftsgymnasium in St. Paul im Labantal. Durch dem nicht genug, denn wir warten mit einer absoluten Neuheit für euch auf. Das internationale Hallenfußballturnier katholischer Privatschulen. Schon bald live auf YouTube. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal.